Oh, 3 HP, wow. 4, 3 Damage. Aber es ist cool, dass es geht. Es braucht nur Stunden. Alter, das hielt sich wieder. Das hielt sich wieder sehr frech. Gute Arbeit, Farmer. Nicht schlecht für so eine einfache Aufgabe. Wenn du deine Farm wirklich ausbauen möchtest, solltest du diese Stämme zu deiner Handwerkbank bringen. Hey, ich kann von hier aus sogar eins sehen. Das Ding, das ich nicht abbauen konnte. Ah, eine Stadt. Juden. Oh, du wirst es. Hey, du kennst mich gar nicht. Juden. Ich habe gehört, wir kommen in einen neuen Nachbarn. Wir kommen in Sunhaven. Mein Name ist Giuseppe. Was für ein interessanter Name. Hey, die Zeit läuft. Die Zeit geht weiter, wenn man sich unterhält. Ich hasse sowas. Wo bin ich? Du hast doch noch einen Kampf. Nee. Ich muss ganz schnell nach Hause. Ganz schnell nach Hause. Ich laufe ja schon. Ich laufe ja. Ja. Aufwachen. Schlaf. Ja. 12 Uhr, ey. Um 12 Uhr schlafen. Was bist du denn? Alter, hast du mein Fett gefressen? Bodenlos. Oh je. Verursacht der Kleine daran immer noch Fellstürze? Ich denke, wir können versuchen, den Drachen auf den Boden zu locken, wo er gefangen und umgesiegelt werden kann. Aber wir müssen eine Art Kühler benutzen. Ich konnte nicht umhin zu hören, ja? Hast du gesagt, du hättest Probleme mit einem kleinen Babydrachen? Ja, das stimmt. Tut mir leid, wenn unser Gespräch dich gestört hat. Ganz und gar nicht. Nja, nja. Nja, nja. Ich brauche Hatzhaus. Ey. Ich kann sie nicht hauen. Das ist eine Frechheit. Hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Stopp. Stopp. Nimm meine Sense. Gib mir eure Hot Sauce. Ey, hast du Soße gekriegt? Und ich hab Sand und Münzen gekriegt. Nein. Nein. Nicht sterben. Mama Mia. Here we go again. Bye bye. Jetzt schau genau zu, wie ich dir eine alte Fischerkunst zeige. Das Anbringen eines Wurms auf einen Haken. Faszinierend. Ich habe den Fisch im Handumdrehen. Keine Sorge. Du schaffst das, Peter. Das ist so ein großer Fisch. What the fuck? Schon wieder dieser Typ. Ich habe nicht nach dir geangelt. Geh von meiner Leine runter. Sorry, Sugi, das ist vielleicht ein wenig zu groß und saftig für einen einzelnen Babydrachen. Tu es weg. Tu es weg. Die sind Level 5, Mann. Level 4. Ich weiß nicht, ob ich die töten kann. Ich bin schlauer als ihr. Gib mir Hot Sauce. Ich mach nur einen Schaden. Das sind die. Das sind die. Ich muss sie töten. Nein. Nein. Ich bin doch schon tot. Wo bin ich? Oh, Doktor. Ein Doktor. Hallo. Sieht aus, als wärst du endlich aufgewacht. Erinnern Sie sich an Ihren Namen und wo du bist. Oh, Doktor. Oh, Doktor. Mir geht es nicht so gut. Bitte heilen Sie mich. Mein Name ist Sugi. Ich wurde in Sun Heaven. Dir scheint es gut zu gehen. Ich fühle mich viel besser. Dank Ihnen, Doktor. 4 Handlungen. Was für Tiere können wir kaufen? Ein Haifisch. Ein Pinguin. Aber zu teuer. Nein. Nein. Die sind fast tot gewesen. Die Affen, die mache ich fertig. Nur die Bananen werfen. Scheiße. Scheiße. Mann. Mann. Ich kann das alles einfach nicht. Ich kann das alles einfach nicht mehr. Also, die Falle abgeholt war mal. Ja, natürlich. Premium-Sagenwelle hier. Vergiss die Details schnell. Lass uns die Falle aufstehen, bevor der Drache zurückkommt. Ja, klar. Das sollte genügen. Schnell folgen. Wir verstecken uns und warten, bis der Drache auftaucht. Da ist er ja. Kopf runter, Farmer. Ich glaube, er geht direkt auf den Köder zu. Oh, süßer Drachie. Verflechter scheint nicht auf den Köder anzuspringen. Was machen wir jetzt? Ich habe eine andere Idee. Bleib hier, Farmer. Was ist denn für eine Idee? So, dann sieht er ein halb aufgegessener Hammelkeul aus seiner Schürzeltasche. Du, denk zumindest, dass es Hammel ist, so wie er es hält. Sieht aus wie ein Knüppel aus. Ich habe mir das fürs Mittagessen aufgehoben, aber er sollte schwer genug sein, um den Kerl umzuhauen. Bleib ruhig, du Kleiner. Warte, stopp. Was? Ich habe da eine kleine Eidechse, fast genau da, wo ich sie haben will. So, dann du kannst nicht einfach Bob das Drachenbaby töten. Warum nicht? Er ist ein kleiner, unschuldiger Drache. Tut mir leid, Farmer, aber wenn wir es nicht richtig machen, kommt er einfach wieder zurück. Ich werde es tun. Oh, mein Gott. Bleib zurück, du kleines Biest. Komm nicht näher. Bleib einfach stehen. Ich meine es ernst. Ach, komm schon. Geh weg. Wusch. Verschwinde von hier. Ich warne dich. Es ist mir egal, wie süß du bist. Du kannst nicht bleiben. Du musst gehen. Das Drachenbaby kuschelt sich an Salmons Bein und scheint recht zufrieden zu sein. Salo murmelt vor sich hin. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Süß. Oh, 42. Oh, 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 oh. Ich will doch nur mal gucken hier. Das war gewollt. Ich wollte nämlich nach Hause. Ui. Was ist denn da jetzt? Was passiert denn jetzt? Was ist das denn? Warte, da ist ein Besucher auf deiner Farm. Lässt ihn besser nicht warten. Meine Güte. Was für ein schöner Ort. Der sieht gemein aus. Ein herrlicher Ort für mich. Den großen Herrn der Pollen. Um Unkraut zu verbreiten. Muhahaha. Wow. Wann gehen wir unseren Besucher hier verkloppen? Oh, was für eine köstliche Farm. Sie sieht jetzt noch besser aus mit meinem ganzen Unkraut. Muhahaha. Was willst du von mir? Was ich will, fragst du? Ich bin hier, um etwas Spaß zu haben. Und wenn ich meinen Spaß nicht bekomme, dann wirst du und diese ganze blöde Stadt mit Unkraut bedeckt sein. Lass von Heaven in Ruhe. Auf gar keinen Fall. Ich gehe auf keinen Fall, bevor ich hier meinen Spaß habe. Also gut. Was für einen Spaß willst du haben? Selbst ein kleiner Nichtpflanze wie du muss doch wissen, was Springdorn ist. Was meinst du? Seilspringen? Ist das alles? Muss jetzt Seilspringen? Oh mein Gott, ich muss Seilspringen. Oh mein Gott. I can do this. Ah. Ui. Ist er verkackt? Oh, so nah dran und doch so weit entfernen. War nur ein Scherz. Du warst überhaupt nicht nah dran. Moha. Autsch. Ah. Wah. Wo ist er? Was? Was ist hier denn? Ist das doof. Mann, das ist so schwer. Lies mal draußen das Schild. Wenn er nicht besiegt wird, wird er euren Hof am 9. verlassen. Aber ich kriege doch bestimmt was, wenn ich ihn besiege, oder nicht? Mann, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Mann! Ich versuche es noch einmal. Ja. Ah. 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 Psch. Ja! Du blöde Pflanze. bis drei easy oh mein Gott